Da sind wir wieder, liebe Freunde. Hallöchen. Nach einer kurzen Unterbrechung und einem etwas leiseren Kühlgeräusch, hoffe ich zumindest, sind wir wieder da. So, jetzt müssen wir hier nochmal Artefakte, ne? Viel brauche ich noch. Fünf. Wie viel brauchst du noch? Ich habe schon alle. Och, das war ja wieder klar. Naja, dann machen wir mal einen auf Killer. Du wirst die Sterne. Hagelt. Ich lasse das jetzt hageln. Man vermisst schon als Arcan-Magier, ähm, Blizzard, also die Blizzard-Attacke, ne? Nicht die Firma, sondern das hier. Ich weiß nicht, ob du es gerade siehst. Das da. Ja, aber dafür habe ich das hier. Ja, schon klar, aber... Mein lieber Arcan-Magier. Er kann keinen Flächenschaden mehr machen, außer diese blöde Arcan-Astroben. Da braucht doch kein Mensch. Blöd. Siehst du noch Artefakte hier? Ah ne, die siehst du ja sowieso nicht mehr, ne? Ne, ich sehe die leider nicht mehr. Scheiße. Ja, aber wir haben aber stehen geblieben bei dem Offens-Raid, ja? Genau, genau. Also alles in allem ist es viel, viel einfacher, wie, ähm, die, ähm, die, ähm, die, ähm, die, ähm, die anderen Raids sind. Also ich weiß es nicht. Es sollte schwerer sein. Ich bin ja, mit meinem Paladin bin ich einfach nicht. Ich bin auch mit dem Raid. Alles klar dabei. Das ist ja schon ein bisschen schwierig. Aber ich hab ja schon ein bisschen zuvor wie früher. Aber ich hab ja immer mehr so viel geschossen. Das ist ja schon fast noch ein bisschen die ganze Raidsysteme. Aber, das ist ja auch ein bisschen. Aber das schwierigste war eigentlich so Burning Crusade und Rast-Rast-Rast-Rast-Rast-Rast-Rast-Rast-Rast-Rast-Rast. Ich denke ja, du weißt schon, die Hotel Kahn. Mit Kataklysm, da waren irgendwie Heal ja nur noch Face-Roll. M.O.P. genauso. M.O.P. muss es einfach nur gut, ähm, A.O.E. Heal raushauen. Dann war's schon, da war's schon der Held. Mhm. Ja, also ich kann das eigentlich bestätigen, dass, äh, also für meinen Teil zumindest bei Burning Crusade waren die erstmal die schönsten Raids und auch die schwierigsten. Ja gut, so, ähm, vom Aufbau her, finde ich, ist Hochfels, ja gut, da wird ja noch mehr kommen. Ich sag mal, kannst du jetzt nicht mit Ogremau oder so vergleichen, also hier sprich, ähm, Miss of Pandaria, letzte Content war ja Ogremau, Schlacht um O.G., kannst du nicht damit vergleichen. Aber ich finde, ähm, wenn ich so an den Startrape Mugushan Palast, die mit Schnells auf Pandaria haben, weiß ich nicht, nach rechts, nach ganz gut ist, das ist Gott sei Dank nicht. Also die haben auch, teilweise sind die Ads schon, ähm, die Trashmob sind schon Boss-like, ne, muss man jetzt sagen. Okay, also ich kann da nicht mitreden, weil ich war da noch nicht drin, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich finde keinen. Nee, nee. Nicht gerade? So. Hast du jetzt eigentlich den Beruf schon erlernt, oder? Mal gucken, nee, hab ich nicht. Ja, Gott sei Dank. Warum? In den vorigen Folgen habe ich mal, ähm, überlegt, weil wir uns ja nicht entscheiden konnten. Die Folge kommt sogar, glaube ich, heute ist die rausgekommen, oder morgen kommt die erst raus. Da habe ich dann nach dem Motto, dann soll das mal die Zuschauer entscheiden, was die denken, was du für den Beruf nehmen sollst. Ach so. Weil, ich bin, wie gesagt, ich bin da echt eine schlechte Hilfe. Ich habe eh alle Berufe auf Max. Also, jetzt wüsstest du ja neues Gehirn, aber es muss ja auch nur was das denn, wüsstest du. Warte mal, ich bin jetzt mit der Karte. Ja, die sollen hier überall rum, wie die, also... Wie viele fehlen dir denn noch? Fünf. Immer noch fünf? Hm. Die sind ganz klein. Ja gut, du hast sie ja schon gesehen, ne? Du weißt ja, wie die aussehen. Ja, dann weiß ich's auch nicht. Ich habe jetzt einen Frostfeuerball, den muss ich irgendwo raushauen. Der wäre zu schade, wenn ich den jetzt da stehen lasse. So. Sag mal, Questen hier noch welche, oder was? Ah, hier, ich habe eins. So, sechs von zehn. Manchmal bin ich ja bei Questen zum Arx-Ford, wenn ich dann den Weihnachten etwas anderes mache, zum Beispiel Videosländer, oder sonst kann ich dann einfach bei einem Teil sitzen und warte einfach um auf den Restore. Das geht eigentlich, die haben das ja alles runtergesetzt und einfach alle machen. Ach, dann geht's ja. Oh, ich würde das nicht können. So, manche Sachen, dann müsste ich nur so zehn Minuten warten. Boah, krass. Ach, da ist schnell down. Natürlich. Ich freue mich, wenn wir die ersten Rates machen. Das wird mega. Ja, in den nächsten Aufnahmen machen wir auch dann endlich mal Dungeons, damit ihr die auch mal seht. Also nicht denken, dass wir hier so alles durchkressen. Obwohl, ja gut, schlussendlich, wir haben ja gesagt, das sollen die Jungs-Beschäuern schon wieder von da hin. So, eins fehlt mir jetzt nur noch. So, eins fehlt mir jetzt nur noch. Ihr werdet sterben. Was ist das hier? Was ist das hier? Ich wette mit dir, wenn ich nicht rede. Ja, das wäre gut möglich. Ich kann dir aber leider nicht helfen, weil ich sehe die nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich die sehen kann, aber die nicht glitzern. Ich meine aber, dass auch in der Höhle ein paar sind. Ja, okay. Schön, jetzt können wir die Quest abgeben, schnell. Oh, das hat ich nicht verloren. Hä, die müssen wir nach oben bei dem Schiff abgeben. Wir können auch nach unten gehen. Da steht er. Meine ich zumindest. Also bei mir steht er hier jetzt. Ja, der ist hier oben einmal und einmal da unten. So, ja, dann können wir ja auch einfach untergehen. Okay. Ach, was braucht ihr? Hast du nicht abgegeben? Stets zu diensten. Okay. Dann ab. Achso, du bist ja hier der Mounter. Ich bin der Mounter, ja. Aber die Flügel machen sich gut auf der Rakete. Meine? Ja. Ja, die kannst du aber hier auch machen. Naja, wir müssen jetzt, ja. Laufen. Immer nur wenn ich springe. Ja, ich weiß. Gut, Hexenmeister-Setteil. Ich glaube, morgen muss ich mal die anderen Kühler in Betrieb nehmen. Ich glaube, ich habe die anderen Kühler in Betrieb nehmen. Hast du dich gerade übergeben? Nee, der Ork. Also die Orkine, die ich hier niedergemacht habe. Ich bin dünnlich. Dünnlich. Nein, ich habe den Zauberer unterbrochen. Der war nicht durchgecastet. Ja, das sind Caster-Probleme, ne? Na. Na-Kämpfer nicht. Manchmal ein bisschen nervig. Aber gut, was soll's. Ich spiele auch nirgends einen Caster. Ich habe so einen DK versucht und und. Ja, gut, der DK ist jetzt Tank, aber... Pff. Für mich irgendwie der Spaß war. Geht jetzt. So, jetzt dürfen wir hier nicht düngen. Nee, das macht er jetzt selber. Was? Muss man ihm noch sagen, dass wir nicht direkt sind? So, das Eisenwoll. Immer. Ich komme euren Kopf hoch. Ich hoffe nicht mal jetzt, wenn ihr vorstellt. Ihr hättet totbleiben sollen, Ghana. Dann hättet ihr länger gelebt. Soll ich gleich Kampf rausstellen? Donnerwürsten. Entfesselt die Bestie. Brauchen wir nicht, ne? Äh, ich denke mal nicht. Frostwölfe, tötet den Gron. Tötet den Feigling. Ja, ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Ihr werdet sterben. Na toll. Ja, das ist bestimmt richtig muckelig warm unter so'n Gron. Sprecht. Oh nee, jetzt ist mal ne schöne Feuerobe. Futsch. Weil ich ne neue bekommen hab. Jetzt sieht wieder scheiße aus. Ah, wir müssen jetzt zurück zu Beginn. Bringt es zu Ende. Meine Brüder und Schwestern. Gott, passt. So, nehmen wir Ruhestein? Ja, klar. Ja, würd ich sagen. Obwohl, warte mal. Wir haben hier in der Nähe noch ne Quest abzugeben. Sollen wir die abgeben oder sollen wir uns porten? Nö, dann können wir die auch eben noch abgeben. Okay. Ach, wir können ja sogar aufmahnden. Ich bin hier, hier bei dir. Auf deiner Rakete, da reichen wir. Wo? Du bist irgendwie nicht mehr hinten drauf. Wir sind's. Doch, doch, bin ich noch. Echt? Wir sind nur gerade im Phasing. Ach, da ist mein Fichtel. Guck, ich geh da nicht mehr zu. Jetzt sind's cooler wie der Leerwander. Langeweile. Ja, ja, immer dieses Rumgelaufe. Uuuh. Und? Äh? Das war eine riesige Rakete. Ja gut, wir müssen jetzt auch noch ein bisschen hier questen. Ich glaube, es ist ja keine 92. Und da bist du schon 92. Nee. 96%. Oh, ein Anhänger. Später. Ach geil. Wir kriegen einen neuen Begleiter. Folgt dem Anführer Erfolgerungen. Schattenjäger Rala. Gut, ähm. Hast du hier abgegeben? Ja, ne? Ja, wir hätten noch einen. Wenn jetzt genau geradeaus. Nee. Genau. Hätten wir auch noch einen. Ja gut, wir können da hinfliegen, ne? Auf dem Weg dahin gibt's sogar noch... Ja, dann fliegen wir da hin. Dann gibt's vielleicht noch einen Elite, den wir auch noch machen können. Wer ihr seien denn? Dein Zahnposten. Was? Dein Zahnposten. Wieso hast du da einen Flugpunkt? Haltet euch vom Hudo. Hast du da keinen? Da, wo wir die Quest abgeben können. Was ihr wolle? Nö. Echt nicht? Nee. Wollen die Geister mit euch sein? Das ist blöd gelaufen. Ich hab noch ein kleines Ross. Ja, jetzt müsst ihr euch leider angucken, wo der Maute. Ihr werdet sterben. Auf dem Weg können wir ja noch ein Maps hier kriegen. Hä? Geht's um Steinzahnposten? Ja. Und der Elite-Mob ist bestimmt in der Knochenschlucht. Vorbei. Ja. Der ist unten im Keller. Genau. Gehst du grad da hin? Ja, kann ich machen. Okay, dann geh ich auch mal runter. Geh aber nicht, ne? Ich habe jetzt schon entdeckt den Steinzahnposten. Ich bin mal gespannt, wo der gleiche ist. Kann dich. Ähm. Also den Elite können wir jetzt machen. Steinzahnposten kann ich jetzt auch. Du kannst, weißt du was du machen kannst? Bevor du runterspringst. Moment, ich hab erstmal aggro. Bevor du runterspringst. Bevor du runterspringst, sag mir Bescheid. Dann hau ich dir im letzten Moment noch langsamer Fall rein. Ja, wo bist du denn? Stehst du schon da am warten? Ja, ich bin unten. Okay, hast du kurz kurz abgegeben? Ja. Ja, okay. Dann geb ich die auch noch eben schnell ab. Und dann geht's wahrscheinlich auch hier schon weiter, ne? Das weiß ich nicht. Das ist ein guter Tag zum Kämpfen. Wir kämpfen gemeinsam. So, jetzt komm ich zu dir. Bist du denn? Ach, du bist schon da unten? Das ist ein guter Tag. Ich bin unten. Ich bin unten. Ich bin unten. Ich bin unten.